Der Dorfschmied hat früher die Aufgabe gehabt, landwirtschaftlichen Geräte in Ordnung zu halten, wie Leiterwagen, Egen, Pflüge, die Pflugscharen ausschmieden, dann Pferde beschlagen, Kühe beschlagen, Ochsen beschlagen, das war früher alles im Schmied sei Arbeit. Dann ist ja auch noch viel von Hand gemäht worden. Die, die ihre Sensen nicht selber gedacht haben, die haben sie morgens zum Schmied gebracht. Früher war der Schmied mehr für die Landwirtschaft da. Wegen dem hat es ja auch früher in jeder Gemeinde wenigstens einen Schmied gegeben. Wenn es eine große Gemeinde war, zwei, drei Schmiede. Und die Schmiede waren früher an sich angesehene Leute in die Dörfer. Denn sein Wort hat Gewicht gehabt. Die heutigen Schmiede, die auf den Reiterhöfen Pferde beschlagen, die brauchen ja keine Hufeisen mehr Schmieden. Weil die kaufen heute ihre Hufeisen fertig als Rohlinge in jeder Größe. Die werden fabrikmäßig gemacht. Da ist ein Hufeisen wie das andere. Jetzt ich schmied meine noch selber von Grund auf. Und weil ich nämlich jedes Hufeisen ein Unikat. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Vielen Dank.